In einer düsteren Wendung der Ereignisse trauert die Welt um eine beliebte Persönlichkeit der Unterhaltungsindustrie, Jörg Pilawa, der im Alter von 58 Jahren nach einem mutigen Kampf gegen den Krebs verstarb. Die Nachricht hat seine Fans und Kollegen am Boden zerstört, da sein vorzeitiger Tod das Ende einer Ära in der Welt des Fernsehens und der Unterhaltung markiert. Jörg Pilawa war in der Fernsehwelt ein Synonym für Vielseitigkeit und Charisma. Pilawa wurde am 7. September 1965 in Hamburg geboren und begann eine bemerkenswerte Karriere, die sich über mehrere Jahrzehnte erstreckte. Er begann seine Karriere in der Unterhaltungsbranche als Radiomoderator und wechselte schnell zum Fernsehen, wo er seine wahre Berufung fand. Einer seiner frühesten Durchbrüche gelang Anfang der 1990er Jahre, als er die beliebte deutsche Gameshow, Ruckzuck, moderierte. Seine umgängliche Persönlichkeit und sein einnehmender Stil machten ihn sofort zu einem Hit bei den Zuschauern. Pilawas Fähigkeit, mit Teilnehmern und Zuschauern gleichermaßen in Kontakt zu treten, machte ihn zu einem festen Bestandteil der deutschen Fernsehlandschaft. Im Laufe seiner Karriere moderierte Jörg Pilawa eine Vielzahl von Fernsehsendungen, von Gameshows über Talkshows bis hin zu Talentwettbewerben. Seine Anpassungsfähigkeit und sein echter Enthusiasmus machten ihn bei Zuschauern jeden Alters beliebt. Er war für seinen charismatischen und einfühlsamen Moderationsstil bekannt und sorgte bei jeder von ihm geleiteten Show für eine einladende und unterhaltsame Atmosphäre. Einer seiner bedeutendsten Beiträge zur Unterhaltungsindustrie war seine Rolle als Moderator der deutschen Version von Wer wird Millionär? Diese ikonische Quizshow wurde zu einem kulturellen Phänomen und Pilawas herzliches und ermutigendes Auftreten spielte eine entscheidende Rolle für ihren Erfolg. Das Leben von Jörg Pilawa nahm eine herausfordernde Wendung, als bei ihm Krebs diagnostiziert wurde. Trotz der düsteren Diagnose ging er seinen Kampf mit unerschütterlicher Entschlossenheit und Optimismus an. In der Hoffnung, die Krankheit zu überwinden, unterzog er sich verschiedenen Behandlungen, darunter Chemotherapie und Strahlentherapie. Während seiner Reise blieb Pilawa für viele eine Inspiration, da er offen seine Erfahrungen mit Krebs teilte und das Bewusstsein für die Bedeutung der Früherkennung und die Schwierigkeiten schärfte, mit denen diejenigen konfrontiert sind, die mit der Krankheit zu kämpfen hatten. Die glorie wurde sofort, die sich sofort überwinden, die sich in der Vergangenheit verletzt wurde. George Kles ist in 1941 in einer Familie modeste in der Stadt der Belleville-Paufläche, in Paris. Ses parents, Marcel et Marie, étaient des ouvriers qui travaillaient dur pour subvenir aux besoins de leur famille. Dès son plus jeune âge, Georges avait un goût prononcé pour l'art et la performance. Il aimait raconter des histoires, jouer des sketchs et chanter pour sa famille et ses amis. A l'âge de 15 ans, Georges a rejoint une troupe de théâtre amateur dans sa ville natale et a commencé à jouer dans les pièces locales. Sa performance, exceptionnelle, a attiré l'attention d'un réalisateur de cinéma célèbre qui cherchait un jeune acteur pour un rôle dans son prochain film. C'est ainsi que Georges Claes a fait ses débuts sur grand écran et a commencé sa carrière d'acteur professionnel. Grâce à son talent naturel et à son charisme, Georges Claes est rapidement devenu l'un des acteurs les plus en vue de sa génération. Il a enchaîné les rôles dans des films à succès et a été salué pour ses performances remarquables. Sa carrière a atteint son apogée dans les années 60 et 70 où il était considéré comme une icône du cinéma français. Parmi ses rôles les plus emblématiques, on peut citer celui d'un jeune homme romantique dans L'Ament de Juillet, d'un criminel audacieux dans Le Bandit ou encore